Du bist mir absichtlich in die Anke getreten. Nein, das war der Lauch. Das ist eine Frühlingszwiebel. Wahnsinn, das ist mir sowas von egal, Anke. Deswegen heißt der Mann im Fernsehen ja auch Günther Lauch und nicht Günther Frühlingszwiebel. So ein bisschen wie im Offenhaus, ne? Scheiße! Oh, go away! Wer hat denn gelacht? Bully, wer hat denn gelacht? Das war after not. Don't not. Don't not. Don't not.